So, und da sind wir wieder zu der nächsten Folge Minecraft. Hi! Diesmal haben wir den Shade Mode ausgenommen, wir haben es in der letzten Folge noch gesehen, weil es ist einfach zu viel Verbrauch für eine Pizza. Katastrophenverbrauch? Ja. Ähm, sind wir stehen geblieben? Ja genau, Farmen. Ja, Farming. Oh, jetzt läuft das alles so wunderschön. Ich gehe mal da weiter ins Loch runter. Weisst du was, ich baue mal hier eine O-Farne. Ich kann mich schon hier verarbeiten. Hm. Gibt es schon Lava? So, ich gehe mal da weiter. Alter, das ist übel. Wo bist du jetzt? Äh, ich bin weiter runter, aber da fahre ich, da fahre ich, bin ich abwärts. Ah, da habe ich ein Eis übersehen. Boah, das wäre ein schöner Keller, oder? Hm. Nicht gehustet. Da haben wir heute so gerade unter den Ding zu bauen. Unter dem Dschungel. Ja, da ist ja noch mehr Eis, und da ist ja noch mehr Eis, und da ist ja noch mehr Eis, und da ist ja noch mehr Eis. Ich finde es sogar arschgeil, aber es schluckt verdammt viel. Was ist so? Ah, ich habe Lava gefunden. Und wo Lava ist, ist... Nicht unbedingt. Ja, aber oft. Ja, auf der Höhe bist du. Ja, auf der Höhe bist du. Kohle. Ähm. Habe ich auch mitgenommen. Noch etwas. Du möchtest, ich sehe nicht mehr ab, bald. Klar. Ja. Ja. Es ist zu dunkel hier drin. Ja, Dungeon Sound habe ich bekommen. Uah, verdammt, Creeper vor mir. Heee, du bist ein Arsch. Hahahaha. Ich kann den Fakten machen, und auch den Creeper. Skeleton und Creeper, Skeleton und Creeper, Skeleton und Creeper. Komm zu dir, aber. Boah. Boom. Skeleton ist auch drauf gegangen. Eierige Scheiße, bin ich krass erschrocken. Boah. Richtig uncool. Na? Hä? Hä? Hübsch hier. Ich bin Panik, jetzt auf zu gehen. Oh, hier geht sie gerade abwärts. Es geht, dann unter mir. Ne, ich würde euch heute gerne auf der Wiese bauen. Du mit in der Wiese, holst doch einfach alles ab. Steht genauso gut. Ja, aber im Dschungel ist überall Löcher. Füllen sie aus? Keine Lust. Kurz lang. Die Kohl ist dahinter nicht schlimm jetzt. Ah, das ist ja unten, jetzt ist die Schlucht. Ui. Und jetzt Eise. Die Labe würde ich gerne zu machen. Und jetzt hacksərfy. Ich sehe dich irgendwie mal auf die Dschungeln. longitud Serginal ist niemand. Nein, das ist selbst aus der finanziellen Welt. Veronique seht es mitgearbeitet. Enderaktiv ist Literally irre schlecht. Nein, aber ich werde nie Neil. An mir in der costing 아닌 Zeit nehmen. Schaufel! Au! Fuck! Aha. Krieg ich da? LOL! Das war ja mega Scharfschützerbunker, der Wichser! Wie viel hast du schon? Ich habe 18 Stück in den Ofen geschossen. Und jetzt habe ich wieder 24. Wow. Ich habe 12. Jetzt hat man schon mein Inventar aufräumen. Hä? Geht die Lava nicht weg? Habe die doch zugemacht. Die hat mehrere spawnen. Ach, damn. Da muss ich wieder so zugemacht. Skeleton? Skeleton? Wokum Skeleton? Ober uns. Was? Ich glaube, das ist noch nicht. Mach du das. Ich habe jetzt loslüchtet. Nein! 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 No! Fuck! Scheiße, nein! Oh Gott! Komm her! Komm her! Creeper! 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 Ich bearbe kein Creeper von meiner Nase! Hahaha! Loll! Pfeile bleiben in dich stecken! Zwei Flas! Oh nein! Ein Flas! Das ist ja riesig! Sag nicht! Nein! Wir haben gerade mal Ease mit. Gut, dann du Ease mit. Das ist ja riesig geworden mit. Ich meine, haben wir Zombies. Ich habe bis jetzt nicht EIN einzigen Zombie gesehen. Ich nicht. Ich habe nur ein paar vor der Nase gehabt, was ich nicht gesehen habe. Geil! My Little Pony! Lass an hier! Ja! Hahaha! Hahaha! Jetzt wirst du sicherbar Hater sagen! Ich wieder gleich! Hahaha! Hahaha! Ach stimmt! Ich stand dazu, ich liebe Fadenfleisch! Also! Hahaha! Ich muss auch sagen, Fadenfleisch ist schon geil! Hahaha! Und wenn die Lasagne mehr Fadenfleisch hat, ist das Fadenfleisch so günstig, dass es nicht anders findest! Böckste! 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 Nein, jetzt kommt nichts! Komm jetzt gar nicht mit! Schimmel! So seid man mit dem Pferd, weisch! Aha! So meinst! Ja! Was hat was? Oh! Iiii! Ui! So meine Steinhacke ist jetzt am Arsch! Japp! Warte, ich kann er! Ja! Dann hau's ab! Hast du Holz dabei? Ja! Ich meine, jener hat seine Meinung zum Fleisch, oder weiss ich was er gerne hat! Gib mir ein bisschen Holz! Ich meine, ich stand zu euch auf Fadenfleisch gerne! Ich weiss nicht, was schlimm ist! Gib mir gerade das Eisen mit! Geh uns gerade in den Ofen schmeissen! Ja! Komm auch gerade rauf! Ah, komm auch gerade rauf! Ah, okay! Ich warte schnell! Nein! Das war, du nie mehr finde, dass ich das Leak in the case! Mal irgendwann, zufällig! Ähm! Ah, aber doof ist zu! Im Ofen ist zu! Ja, hier! Ja, hier! So! Ähm! 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 Nope! 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 Verdammt! Ich habe noch Holz! Ich kann ja steigen jetzt! Soll ich dir noch Holzspitzacki? Ich hab ja gesagt, ich hab noch Holz Ich hab noch Holz, ich kann das Holz geben Holzspitzacki Sind wir da gerade richtig? Fast Ich hab immer weiter rufen Ah da oben gehts Ah ja da So Da! Ah ja! Ha! Ah, das ist stark! Sheebald! Von ist der Kohle? Ausdreht? Ist da am Holz noch ein Steaknis? Warte, warte, ich habe angefangen zu holen. Ich wollte auch einen Steaknis machen. Führer, ich fahre gleich noch nicht. Ich fahre es auch nicht dabei. Hast du jetzt alles rausgenommen? Ja. Gib mir ein paar. Ich will ein Hockey machen. Gib mir ein 6. Gib mir ein 8. Ich will ein Schwert machen. Nein! Du stehst noch am Ding. Gib mir ein 9. Ich helf dich. Gib mir ein Holz. Steaknis? Da ist Steaknis. Du? Ich weiss zum... Drei Zombies! Hinter dir Steaknis. Ja, leg mal da ein Schloss ab jetzt. Grad, grad. Was soll ich jetzt machen? Ähm... Spitzhack. Ähm... Ein... Swoodle. Da, 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 da. Okay, Schwert hätte ich nicht machen müssen. Ich mach mir trotzdem Schwert. Schwert sind gut. Ich mach mir zwei Spitzhack. Spitzhack in Hanis. Ich komm mal. Das ist der Abfall. Das ist der Abfall. Das ist der Abfall. Das ist der Abfall. Das habe ich gesagt. Das habe ich auch vorgeschossen. Ähm... Knochen behalten, unbedingt. Das kann man Knochen mal machen. Ich habe eine geile Idee. Kleine Toro. Ja, das machen wir. Ich fahre mal auf eine Hütte bauen. Und zwar genau hier. Ich gehe wieder farmen. Easy. Ähm... Stone haben wir da. Dann machen wir hier. Tuck, 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 tuck. Dann haben wir vorhin bearbeitet. Steil. Dann können wir eigentlich doch haben. Ah, schön hier. Kohle 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 Fackel ist runtergehalten, es war ganz runter Nein Nicht die Fackel Du Dackel Obwohl dass kein Creeper kommt jetzt von hinten Das ist ja immer das schönste, wenn ein Creeper kuscheln will Na voll Ach tippisch Robin Hood Oder ist das Link? Ich glaub Linksi Könnt Linksi Ja Woh